Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über den Hamburger Tanzlehrer Rudolf Knoll, über den, wie schon gesagt wurde, ich in den letzten Jahren intensiv geforscht habe. Also auch ganz herzlichen Dank an den Verein für Hamburgische Geschichte dafür, dass ich Ihnen jetzt ein paar Ergebnisse daraus präsentieren darf. Ich möchte noch vorweg schicken, dass das meiste davon noch in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Eva Zöllner entstanden ist, die sich inzwischen aber aus Zeitgründen völlig aus dem Projekt zurückgezogen hat. Ja, im Gedächtnis einer Stadt unter den großen Töchtern und Söhnen spielen Tanzlehrer und Ballettmeister meistens keine Rolle. Als Kunstform ist Tanz ja eine flüchtige Angelegenheit und Gesellschaftstanz ist der Mode sehr unterworfen. Die Erinnerungen an die Tanzstundenzeit der Großeltern, der Urgroßeltern verblassen und verschwinden mit ihnen irgendwann. In Hamburg ist das natürlich auch so, aber ein Name fällt doch in Hamburg hin und wieder, nämlich der Name Knoll. Meistens geschieht das im Zusammenhang mit Thomas Mann, der nämlich seinen eigenen Tanzlehrer Rudolf Knoll in der Figur des François Knark in gleich zwei seiner Novellen verewigt hat, nämlich in Tonio Kröger und wie Jappe und Do Escobar sich prügelten. Während Mann in der Novelle Jappe ein eher differenziertes Bild der Person Knark beziehungsweise Knoll zeichnet, ist sie vielen doch heute nur so gegenwärtig, wie sie in Tonio Kröger aus der sehr spezifischen Perspektive eines mit sich selbst nicht im Reinen befindlichen männlichen Teenagers dargestellt wird, nämlich als eine Karikatur, als ein Stereotyp des affektierten, albernen, selbstverliebten Tanzlehrers. So wie zum Beispiel Theo Ling die Person François Knark auch in der Verfilmung von 1964 dargestellt hat. Ich möchte Ihnen heute aber diesen charismatischen und zu seiner Zeit wirklich sehr beliebten Künstler und sein Wirken in unserer Heimatstadt in den 1880er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg, also ziemlich genau in der wilhelminischen Zeit, näher bringen. Rudolf Knoll wohnte und arbeitete hauptsächlich in Hamburg, aber an dieser kleinen Karte kann man sehen, dass er auch im Umland unterrichtet hat, also so zwischen Kiel und Lüneburg. Das war der Aktionsradius für seine Tanzkurse, nicht für andere Aktivitäten, die er vielleicht auch noch unternommen hat, auf die ich später noch komme. Ja, und also er unterrichtete eben auch in Lübeck bei Familie Mann. Diese Tatsache war und ist so bekannt, dass ich immer wieder auf Äußerungen gestoßen bin, diese oder jene Person aus der Familie habe bei Knoll, Manns Tanzlehrer, Unterricht gehabt. Bei näherer Betrachtung ist das vom Zeitpunkt der fraglichen Tanzstunden her übrigens manchmal zweifelhaft, denn außer Rudolf waren auch sein Vater Albert, sowie sein fast eine Generation jüngerer Bruder Eugen Tanzlehrer in Hamburg, lauter Knolls. Und sie haben es geschafft, Knoll zu einem richtigen Markennamen, zum Inbegriff für Tanz- und Anstandsunterricht in Hamburg zu entwickeln. Und das sollte über Jahrzehnte so sein. Wie Thomas Mann und seine Schwester Julia in Lübeck hatte auch in Hamburg die Jeunesse Doré in großer Zahl Unterricht bei Rudolf Knoll, aber seine Bedeutung geht weit über diese Tanzstunden hinaus. Knoll arbeitete ja auch für die Theaterbühne und da, wo die Hamburger Gesellschaft für einen wohltätigen Zweck große Gesellschaftsabende veranstaltete, auf denen es eine Ballettvorstellung gab, ausgeführt von manchmal Hunderten von Damen und Herren der Gesellschaft, war er als Choreograf und Tanzmeister stets zur Stelle. Er kooperierte dabei mit vielen der damals bekannten Hamburger Komponisten und eine besondere, heute völlig vergessene Bedeutung hatte Knoll für die Entwicklung der Berufsverbände seiner Zunft, der Tanzlehrer. Im Folgenden werde ich verschiedene Facetten seiner Tätigkeiten in Hamburg ein wenig beleuchten. Rudolf Knoll wurde am 10. Mai 1862 in Hamburg geboren. Seine Mutter Therese, geborene Reindl, war vor ihrer Ehe Schauspielerin gewesen und sein Vater Albert Knoll, 1832 in Breslau geboren, war ein hoch angesehener Tänzer, Ballettmeister und Tanzlehrer. Und zunächst möchte ich noch ein paar Worte über Albert sagen. Nach seiner Ausbildung am Breslauer Stadttheater und einigen Lehr- und Wanderjahren mit einer reisenden Truppe von Tänzern und Akrobaten arbeitete Albert zunächst in seiner Heimatstadt, also Breslau, als Solotänzer, bis er dann 1858 als Ballettmeister und Solist ans Stadttheater, also den Vorläufer unserer heutigen Staatsoper, in Hamburg engagiert wurde. Es war damals übrigens durchaus üblich, dass Ballettmeister und Tänzer neben der Arbeit am Theater auch Unterricht im Gesellschaftstanz gaben, also ganz normale Tanzstunden. Das hatte Albert auch schon in Breslau gemacht. So leitete Albert neben seiner Bühnentätigkeit nicht nur ein Tanz- und Anstandsinstitut in Hamburg, sondern unterrichtete auch noch exklusive private Zirkel für die Oberschicht in Hamburg, in Altena und in Lübeck, wie sein Sohn später auch. Albert und Therese Knoll hatten 14 Kinder, von denen tatsächlich die meisten das Erwachsenenalter erreichten. Rudolf war das dritte Kind und der erste Sohn seiner Eltern. Sein jüngster Sohn war Eugen, geboren 1883, also 21 Jahre jünger, der dann nach Alberts Tod dessen Schule weiterführen sollte. Seine Ausbildung als Tanzlehrer und Ballettmeister erhielt Rudolf Knoll natürlich von seinem Vater, aber das war damals so üblich, dass man dann auch seine Kinder zu anderen Tanzlehrern, zu anderen Ballettmeistern schickte und so wurde Knoll auch in Berlin ausgebildet. Ich habe noch nicht herausgefunden, von wem. Und in Dessau vom Hofballettmeister Richard Fricke, den wir hier sehen, imposant im Kostüm. Richard Fricke ist heute noch bekannt durch seine Arbeit als Ballettmeister und Hilfsregisseur für Richard Wagner in den Anfangsjahren der Bayreuther Festspiele. Nach seinem Militärdienst in Altenburg, heute Thüringen, hatte Rudolf Knoll ein Engagement als Schauspieler am Thalia Theater in Hamburg. Und ungefähr zur selben Zeit arbeitete er auch als Tanzlehrer in der Schule seines Vaters und begann daneben noch in Lübeck zu unterrichten. 1885 heiratete Eugenie Richter. Die war eine der Erbinnen des Hamburger Verlagshauses J.F. Richter. Da sieht man hier mal das imposante Druckereigebäude dieser Firma. Trauzeuge von Rudolf und Eugenie war übrigens Wilhelm Sagebiel, Freund der Familie Knoll und Namensgeber und langjähriger Eigentümer von Sagebiels Etablissement, auf das ich später noch zurückkomme. Eugenie und Rudolf hatten drei Kinder, Söhne Edgar, geboren 1887 und Walter 1889 und noch eine kleine Tochter Lily, 1894 geboren. Schon bald nach seiner Hochzeit trat Rudolf aus dem Schatten seines Vaters heraus und begann mit Mitte 20 eigenständig selber Kurse zu unterrichten, also unter eigenem Namen, nicht mehr unter der Tanzschule von Albert Knoll oder Albert und Knoll und Sohn, sondern wie man hier an diesen Anzeigen sieht, unter seinem eigenen Namen. Zunächst beschränkte sich das auf Privatkurse, exklusive Privatzirkel, da es ihm noch an eigenen Räumlichkeiten fehlte. Das änderte sich dann, als er ein Haus in der Ernst-Merck-Straße 13 kaufte und dort 1891 sein eigenes Institut eröffnete. Hier haben wir dann zwei solche Zeitungsanzeigen für das Institut in der Ernst-Merck-Straße. Wahrscheinlich haben Sie das so schnell nicht gesehen. Die Datümer, die da drunter stehen, also diese Annoncen erschienen immer im September bis vielleicht Anfang Oktober, weil Anfang Oktober dann traditionell die Tanzkurse starteten. Und nur hier unten, diese eine Anzeige ist von Ende Oktober. Die ist nämlich aus dem Jahre 1892, als die Cholera in Hamburg wütete. Und die Tanzlehrer bis Ende Oktober warten mussten, abwarten mussten, ob die Epidemie abflachte. Ja, 1894 ließ Rudolf Knoll diese Räumlichkeiten in der Ernst-Merck-Straße erheblich erweitern und einen neuen Saal bauen. Details dazu können wir den Hamburger Nachrichten entnehmen. Da steht Zitat. Sie brauchen jetzt also nicht zu rechnen. Ich habe das schon gemacht, das sind 224 Quadratmeter. Das ist schon ein ganz ordentlicher Saal für eine Tanzschule. Und bei dem erwähnten Vorraum handelt es sich um den bei Tanzstunden damals obligatorischen Drachenfelsen, wo Mütter, Großmütter und Tanten das Geschehen auf der Tanzfläche überwachten. Hier können wir mal so einen Blick auf den Drachenfelsen werfen. 1905 zog Knoll dann mit seiner Schule an den Holzdamm 5961 um, wo er in großem Stil investierte und von dem renommierten Hamburger Architektenbüro Rambatz und Jolasse einen Tanzsaal mit Glasdach entwerfen und an die beiden zusammenhängenden Vorderhäuser, die er gekauft hatte, anbauen ließ. Natürlich war auch dieser Saal, wie auch der schon im Haus, in den Häusern vorne sowieso vorhandene kleinere Saal, modern ausgestattet mit elektrischen Kronleuchtern und Wandlampen, mit Spiegeln und Klavieren, darunter ein Blütnerflügel. Eine besonders nette kleine Entwurfszeichnung von der Innenausstattung und ich habe nur ein Foto bisher gefunden von diesem Saal, von innen, nämlich von einem Kinderkostümfest 1910, hier ein Ausschnitt daraus, wo man ganz gut sehen kann, dass diese Bögen tatsächlich so realisiert worden sind. Und inmitten seiner Schüler ist hier auch Rudolf Knoll zu entdecken. Diese Schule am Holstamm wird von der Schriftstellerin und Bildhauerin Ruth Schaumann ganz ausführlich in ihrem autobiografischen Roman Das Arsenal geschildert. Ich zitiere kleine Ausschnitte daraus. Vor dem Tanzsaal liegt der dämmerige Schlauchflur mit seiner schier endlosen Bank. Durcheinander sitzen dort Jungens und Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren. Dort allein wechseln sie ihre Schuhe. Gegenüber der langen Bank ist ein großes viereckiges Loch in der Wand, darin mit schneeweißen Haaren auf schwarzem Grund Frau Künzel zu sehen. Sie ist Garderogiere bei Rudolf Knoll. Im Tanzsaal selbst hat es drei Kronleuchter, doch ohne Petroleum drin. Auf jedem sind 30 Lampen, Elektrizität in gläserne Birnchen gebannt. Dicht neben der Eingangsflügeltür ist eine ebenerdige Loge für Mütter, Tanten, Großmütter, Erzieherin der jungen Damen. Zitat Ende. Also wieder ein Drachenfelsen. Im Knollstanzinstitut fanden Tanzstunden für kleinere Kinder, meist von 17 bis 19 Uhr und dann für etwas ältere Schüler, Mädchen und Knaben, von 19 bis 21 Uhr statt. Über Jahre immer die gleichen Uhrzeiten. Was ich eigentlich ganz verwunderlich finde, für kleine Kinder Tanzstunde bis 19 Uhr ist spät. Es gab auch Kurse nur für Mädchen unter besonderer Berücksichtigung der ästhetischen Gymnastik. Hier konnte auch das Fahnen schwingen und Fächerbewegungen gelernt werden, wie man hier dieser Annonce entnehmen kann. Den Erwachsenen stand von 21 bis 23 Uhr der Club für Anfänger oder der für Geübtere zur Verfügung und am Freitagabend traf man sich zum Té d'Anson. In dem Prospekt seiner Tanzschule heißt es, Zitat, Mein Bestreben ist dahin gerichtet, die mir anvertrauten Schüler körperlich so weit auszubilden, dass sie sich frei und ungehindert in jeder Lebenslage bewegen können, ihren Körper ihrem Willen unterordnen lernen und jegliche durch Mangel an Selbstvertrauen hervorgerufene Unsicherheit und Befangenheit im gesellschaftlichen Verkehr verlieren. Das gründliche Erlernen des Tanzens ist daher nicht der Hauptzweck meines Unterrichts, sondern eines der mancherlei Mittel zur Erreichung des mir vorgesteckten Zieles, welches im Verein mit den verschiedensten ästhetisch-gymnastischen Übungen dazu dienen soll, den Schülern eine tadellose Haltung, einen elastischen, leichten, dabei doch sicheren Gang und anmutige, wohlgefällige Bewegungen beizubringen. Des Weiteren lege ich besonderen Wert auf die Ausführung vielfacher Anstandsübungen, sodass sich mein Unterricht im Großen und Ganzen zusammensetzt aus ästhetisch-gymnastischen Übungen, Anstandsübungen, Tanzübungen, welche sämtliche modernen Rund- und Figurentänze umfassen. Zitat Ende. Ihm ging es also um mehr als einen Crashkurs für Benimmregeln und Walzer-Tanzen. Insbesondere den Mädchen, die ja damals durch gesellschaftliche Zwänge in ihrer Bewegungsfreiheit ganz stark beschränkt waren, empfahl er zum Beispiel Turnübungen und diese gymnastischen Übungen. Und in Vorträgen plädiert er übrigens auch für die Abschaffung des Korsetts. Ein paar Worte zu dem von ihm erwähnten Tanzrepertoire. Ja, Rundtänze, das sind die Paartänze, die sich rund um die Tanzfläche bewegen, wie zum Beispiel Walzer, Polka, Polka, Mazurka oder Redova. Hier sehen wir mal die korrekte Tanzhaltung aus einem zeitgenössischen Tanztraktat. Und man sieht, das ändert sich auch über die Zeit. Der Arm geht hier später ein bisschen höher. Aber so sahen die Rundtänze aus. Oder es gab auch die, unter die Rundtänze fielen auch die Modetänze der Jahrhundertwende, wie zum Beispiel die schmissige Washington Post mit ihrer charakteristischen Tanzhaltung, so hintereinander. Und die erwähnten Figurentänze, das waren Gruppentänze wie die Quaterie Française und der Lancier. Hier ein Notentitelblatt mit einer Abbildung des Lancier. Man sieht hier, das war so ein Vierpaartanz. Also hier sieht man die vier Paare, die im Carré aufgestellt sind. Die Quaterie Française wurde meist in Kolonnen getanzt. Und das ist das, was Sie vielleicht noch mal gesehen haben. Das ist das, was auf den Wiener Opernbällen zum Beispiel immer noch getanzt wird heute. Ja, wer Betuchter war, ließ seine Kinder aber nicht in Knolls Tanzschule, sondern in Privatzirkeln von ihm unterrichten. Hier kostete dann ein Kurs 60 statt 50 Mark und es gab auch keine Geschwisterermäßigung. Für die Privatkurse, die reihum in den Elternhäusern der Tanzschüler stattfanden, räumten die Eltern dann ihren Salon leer und stellten ihr Klavier zur Verfügung. Und auch der obligatorische Abschlussball mit rotem und weißem Sprudel und jeder Menge Coutillon-Sträuschen für die jungen Damen wurde dann so in einem privaten Rahmen veranstaltet. Wie es im Unterricht hier und in seinen Privatzirkeln zuging, wissen wir aus Tonio Kröger und einigen anderen autobiografischen Romanen, wie dem schon erwähnten von Ruth Schaumann, aus verschiedenen Lebenserinnerungen, aber auch von Rudolf Knoll selbst, der nämlich für die Zeitschrift Moderne Kunst eine Plauderei in der Tanzstunde verfasste, aus der diese ganzen Illustrationen von Franz Müller Münster stammen, die ich hier eingebunden habe. und auch diese Illustration ist eine Illustration dieses kleinen Zeitschriftenartikels von Rudolf Knoll und bezüglich dieses Bildes distanziert er sich sogar ein bisschen von dem Tanzlehrer, der da im Hintergrund so ein bisschen cholerisch guckt auf den Tänzer, der vorne an seinen Walzer noch nicht so richtig hinkriegte. Rudolf Knoll schreibt dazu, dass man Geduld haben müsse, dass es sozusagen noch jeder gelernt hat und gut Ding will Weile haben, schreibt er. Das war, glaube ich, auch einer seiner Lieblingssprüche. Er selber muss wohl ein sehr geduldiger und freundlicher Tanzlehrer mit seinen Tanzschülern gewesen sein. Und er versuchte, die auch zu amüsieren. Zum Gaudi seines pubertären Publikums führte Knoll in seinem Unterricht nämlich linkisches unbeholfenes Verhalten immer wieder in kleinen pantomimischen Szenen vor. Immerhin war er nicht nur als Tänzer, sondern auch als Schauspieler ausgebildet. Der Reder und Bankier Karl-Winzent Krogmann amüsiert sich dabei sehr. Er schreibt in seinen Erinnerungen, Zitat, Rudolf Knoll liebte es, seinen Unterricht mit Späßen zu beleben. So pflegte er in übertriebener Weise zu zeigen, wie es aussieht, wenn ein junges Mädchen die Füße um die Stuhlbeine schlingt oder ein Junge einen Stuhl beim Tragen ungeschickt anfasst. Besondere Heiterkeit erregte es, wenn Knoll einen verlegenen, stotternden Jungen beim Vorstellen seiner Dame nachahmte. Auch wurde viel gelacht, wenn wir die Tanzfiguren dennoch aus der Galantenzeit stammenden Gesellschaftszense Francaise und Lancier in französischer Sprache ansagen mussten. Neben den Privatzirkeln und den Kursen in seiner Tanzschule unterrichtete Knoll noch an verschiedenen Privatschulen, sodass einige seiner Schülerinnen gleich mehrfach bei ihm tanzten. Man sollte meinen, dass das schon genug an Beschäftigung war, aber in den Sommermonaten arbeitete Rudolf Knoll wie viele seiner Kollegen häufig noch als Maître de Plaisir an einem Badeort. Die Episode aus Travemünde, die Thomas Mann in Jappe schildert, ist nur ein Beispiel dafür. In anderen Jahren finden wir ihn zum Beispiel in Warnemünde oder auf Sylt, wo schon sein Vater Albert in den Sommerferientanzvorführungen organisiert hatte. Also hier die Strandpromenade von Travemünde, das ist der Ort, wo Jappe spielt, diese Novelle von Thomas Mann. Ja, während Rudolf Knoll also noch an der See weilte, warteten die Hamburger dann offenbar schon wie auf einen Zahnarzttermin auf eine Dosis Benimität, wie es in dem Hamburger Schlüsselroman J.C. Rathmann und Sohn über Knolls Anstandsunterricht heißt. Denn er kündigte regelmäßig seine Rückkehr in der Zeitung an, in der Spalte unter all den Zahnärzten. Das ist etwas kurios, finde. Dadurch, dass die Mitglieder vieler Hamburger Familien schon bei einem von ihnen Tanz und Anstand gelernt hatten, waren die Knolls eine natürliche Wahl, wenn es darum ging, für größere private Anlässe Aufführungstänze einzustudieren. Das war ein beliebter Programmpunkt bei Feiern in Hamburgs Oberschicht. Zum Beispiel erwähnt der Kaufmann Hermann Robineau in seinen Tagebüchern eine größere Vorführung im März 1890 anlässlich des 80. Geburtstags seiner Mutter, bei der neben anderen Programmpunkten auch von Knoll einstudierte Tänze zu sehen waren. Ich vermute, dass es sich hier tatsächlich um Rudolf Knoll gehandelt hat, aber es könnte genauso gut auch eigentlich sein Vater Albert gewesen sein, weil das ist wieder eine der Stellen, wo es nur Knoll heißt. Hier sehen Sie auf dieser Folie das Titelbild und einen Ausschnitt aus der Tanzbeschreibung von einem Tanz von Rudolf Knoll, in diesem Fall eben ein Aufführungstanz für einige Damen, für fünf Damen, erschienen im Theaterverlag Eduard Bloch. Der Theaterverlag Eduard Bloch brachte hunderte von Tanzbeschreibungen heraus von Rudolf Knoll und seinen Kollegen, gedacht im Wesentlichen für die Tanzlehrerschaft, weniger für das allgemeine Publikum. Da war meistens also vorne so ein schönes Titelbild, dann die Noten und dann die Tanzbeschreibung. Und wie gesagt, Rudolf Knoll hat eine ganze Reihe von solchen Tänzen dort rausgebracht, auch einige Tänze von ausländischen Kollegen, englischen Kollegen ins Deutsch übersetzt und die sind auch in dieser Reihe zu finden. Und durch die Zusammenarbeit mit diesem Verlag freundete sich Knoll und seine Familie freute sich mit dem damaligen Verlagsleiter Ludwig Bloch und seiner Familie an. Also die wurden Freunde durch diese Geschäftsbeziehung. Neben den privaten Feiern bildeten Vereinsfeste besonders zur Faschingszeit Höhepunkte des sozialen Lebens. Die Hamburger Ballettmeister, also nicht nur die Knolls, lieferten dafür kleine Ballette und Aufführungstänze. Rudolf Knolls Tänze sah man auf Veranstaltungen verschiedenster Vereine in besonderem Maße, aber war in die Festivitäten der exklusiven Ruderclubs involviert. Er selbst war Mitglied im Favorit der Harmonia, für den auch sein Sohn Edgar ruderte. Für diesen Verein, wie auch für den Ruderclub Alemannia von 1866, kreierte er regelmäßig Kostümquadrillen, also das heißt in diesem Zusammenhang eben einfach solche Aufführungstänze für eine größere Anzahl von kostümierten Tänzern. Häufig in diesem Fall mit maritimen Thema oder mit solchen aus dem Bereich des Sports. Für den Maskenball von Favoriter Harmonia im Konzerthaus Hamburg im Februar 1905 stammte sogar die ganze Idee für das Thema des Balles, nämlich am Hamburger Hafen von ihm. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass er da mit einer kleinen Handvoll Schülern eine kurze Vorführung gab, dann irren Sie sich aber. Über Zeitungsannoncen wurden vorher potenzielle Mitwirkende angesprochen und die Probentermine publiziert. Beteiligt waren an diesen Abenden 60, 80 Tänzer oder mehr. So lesen wir in der Presse über das Frühlingsfest im Folgejahr, ebenfalls im Konzerthaus Hamburg. Zitat Der Vergnügungsausschuss hatte für reiche Abwechslung gesorgt. Gegen zwölf Uhr erschienen in reizenden Trachten junge Damen und Herren, die einen hübschen Gärtnertanz aufführten, wobei nach den Klängen einer guten Kapelle die einzelnen Figuren graziös ausgeführt wurden. Darauf folgte ein origineller Gigerl-Tanz von vier Damen und vier Herren in Gigerl-Kostümen, allerliebst getanzt. Die Krone des Abends bildete wohl ein Marinetanz, von Damen und Herren in weißen Matrosenanzügen exakt ausgeführt. Als dann noch ein Scheinwerfer mit bunten Farben das Bild beleuchtete, brach ein förmlicher Beifelssturm aus, der seinen Höhepunkt erreichte, als sämtliche Mitwirkende sich in hübscher Gruppierung um das Banner des RK-Favorite Harmonia scharten. Herrn R. Knoll, der die einzelnen Tänze mit bekannter Meisterschaft eingeübt hatte, wurde ein donnerndes Hoch dargebracht und ihm als Zeichen der Dankbarkeit ein Schiff gefüllt mit den schönsten Blumen überreicht. Also in dieser Reihe der Tänze, die Rudolf Knoll publiziert hat, finden sich hier gleich mehrere solche maritimen Kostüm-Tänze. Ich denke, dass er diese Veröffentlichung, dass das fast alles Tänze waren, die er bei solchen Gelegenheiten auch hat aufführen lassen. Für ein Fest des Ruderclubs Alemannia von 1866 im Hotel Atlantik im Januar 1910 studierte Knoll mit 120 Mitwirkenden insgesamt 14 solcher Kostümquadrilien ein. So zum Beispiel zu dem noch heute bekannten humoristischen Cakewalk des Hamburger Komponisten Robert Vollstädt, Vollstädt war Klarinettist am Hamburger Stadttheater, schuf Knoll einen Tanz von Cowboys and Girls. Es wurde ein Geisha-Tanz gezeigt, vielleicht der dann als Jungjapan publizierte, ich weiß es nicht genau. Eine von Herrn in griechischen Gewändern getanzte Parodie auf die Barfußtänze Isadora Duncans und vieles mehr. Ein Programmpunkt war eine Choreografie zu der Komposition Heideprinzesschen von Friedrich Eberle, der auch an dem ganzen Abend der zuständige Kapellmeister war. Von den uns erhaltenen Choreografien Knolls gibt es neben dem Heideprinzesschen noch zwei weitere zur Musik von Friedrich Eberle. Eberle war in der Pfalz geboren worden und kam dann als junger Mann, als junger Musiker nach Hamburg und arbeitete hier als Theaterkapellmeister und Liederkomponist. Seinerzeit wurde er durch das Volkslied Ein Vöglein sang im Lindenbaum sehr bekannt. Heute hat das vielleicht noch der eine oder andere Gesangsverein im Repertoire. Weitaus häufiger hat Knoll Kompositionen von Friedrichs Sohn Heinrich Eberle genutzt, der auch Kapellmeister in Hamburg war und dessen kompositorisches Werk heute aber völlig vergessen ist. Heinrich Eberle war derjenige, der die Musik zum 1907 erschienenen Frühlingsbotenwalzer schrieb, Knolls absolut größtem Hit. Dieser Tanz wurde in den Tanzschulen noch bis in die 1920er Jahre gelehrt. Hier sieht man nun mal so eine Tanzkarte von einer Tanzschule aus Essen von 1911, einfach nur zum Zeichen, dass dieser Frühlingsbotenwalzer wirklich an vielen Orten unterrichtet wurde. Besonders beliebt war er, also der Frühlingsbotenwalzer, in den Niederlanden, wo man sogar versuchte, ihn 1950 wieder aufleben zu lassen. Die Berliner Schriftstellerin Selma Jaffe schreibt in ihrem immer wieder aufgelegten Buch Der Tanz im Selbstunterricht über diesen beliebten Tanz noch 1926, Zitat, seine Aufführung ist leicht und macht allen Tanzenden viel Vergnügen. Bei diesem Frühlingsbotenwalzer handelt es sich jetzt nicht um so einen Aufführungstanz, so eine Kostümquatrielle und auch nicht um einen ganz gewöhnlichen Walzer, der einfach nur so um den Raum dreht, sondern das ist so eine Tanzform, die um die Jahrhundertwende sehr in Mode war, die in England noch als Sequence Dance heute getanzt wird. Das waren Tänze, das war eine bestimmte Musik, eine bestimmte Schrittfolge, teilweise geschlossene Walzerdrehungen und teilweise trennte man sich, drehte die Dame alleine, macht für noch irgendwelche anderen Figuren und die wurde so synchron von dem ganzen Saal aller Tänzer getanzt. Die bewegten sich damit dann um die Tanzfläche herum und er macht tatsächlich Spaß, der Frühlingsbotenwalzer. Ja, auch mit dem bekanntesten der Hamburger Komponisten seiner Zeit, dem Hamburger Walzerkönig, aus Café Trasch, arbeitete Knoll immer wieder zusammen. Aber da ging es um eine ganz andere Größenordnung. Rudolf Knoll war nämlich auch zur Stelle, wenn es um große Gesellschaftsabende für einen guten Zweck ging. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es in Hamburg regelmäßig verschiedenste aufwendige Benefizveranstaltungen zur Förderung diverser sozialer oder kultureller Belange. Festabende, Bälle, Bazaare. Hier vergnügten sich die oberen 10.000 der Hamburger Gesellschaft. Das Sehen und Gesehenwerden verband sich mit einer offenen Geldbörse für den guten Zweck. In Sagebiels Etablissement, also dem Etablissement von Rudolfs Trauzeugen, einem Vergnügungskomplex mit mehreren großen Sälen an der großen Drehbahn, die Publikumsmassen von bis zu 10.000 Menschen zu fassen vermochten, fanden viele solcher geradezu monumentalen Veranstaltungen statt. Hier ist ein Blick in den großen Saal. Da sieht man diesen, so einen Durchgang zu dem nächsten Saal. Ich glaube, die Veranstaltungen, über die ich gleich spreche, fanden, da war eine Bühne aufgebaut, da, wo dieser Durchgang ist. Ja, schade, dieser Sagebiels Etablissement ist natürlich dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen, was ich natürlich ganz besonders bedauere, weil Hamburg nicht so reich an schönen alten Seelen ist, wo man historische Bälle veranstalten könnte. Ja, aber zurück zu Rudolf Knoll. Zunächst möchte ich da die beiden Gesellschaftsabende des Vereins Hamburger Musikfreunde im Januar 1898 und Januar 1899 nennen. Sie liefen nach dem gleichen Muster ab. Der Abend startete mit einer Operettenaufführung unter der Regie von Ludwig Max, auf den ich später noch zurückkommen werde. Dann folgte ein Ballett aus der Feder von Knoll und Fetrasch. Die Veranstaltung endete dann mit einem Coupé und anschließend im Ball. Ein rauschendes Fest. Hier sieht man in diesem Fall die Ankündigung des Gesellschaftsabends 1898. Der Operettenteil, das war ein Akt aus der Fledermaus. Und dann folgte diese historisch-choreografische Studie von Rudolf Knoll. Das tanzende Hamburg 1810 bis 1898 mit drei Bildern, die jeweils sozusagen drei Tanzszenen darstellten. 1813 ein Ball nach der Befreiung zu Ehren von General Tettenborn. Dann 1850 Leben und Treiben auf St. Pauli. Und dann sozusagen ein Sprung in die damalige Gegenwart 1898 Polterabend in einem Hamburger Hause. Der Reinhertrag sollte bei beiden Veranstaltungen der Pensionskasse der Musikfreunde zukommen. Im Falle des Gartenfests, also dem Gesellschaftsabend von 1899, auch noch der Errichtung eines Denkmals für den 1897 gestorbenen Johannes Brahms. Ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Hier steht in der Vorankündigung die baldige Errichtung des Standbildes unseres großen Mitbürgers Johannes Brahms ist geboten, damit andere Städte uns nicht zuvorkommen. Tatsächlich sollte es aber noch zehn Jahre dauern, bis die dann von Max Klinger geschaffene Marmorskulptur von Brahms tatsächlichen Leitshalle aufgestellt werden konnte. von Brahms, also des Brahms gewidmet. Ja, hier sieht man, der Operettenteil war der Mikado und dann folgte das Gartenfest bei Baron Vogt im Flottbecker Park vor hundert Jahren. Parallel zu den Vorbereitungen für diese beiden Ballette, die ja beide lokalhistorische Themen behandelten, das Tanzende Hamburg nämlich in verschiedenen Epochen und ein Gartenfest bei Baron Vogt in Flottbeck vor hundert Jahren. Organisierte Justus Brinkmann jeweils Sonderausstellungen im Museum für Kunst und Gewerbe, die den Hamburgern die in den Balletten dargestellten Epochen und deren Mode optisch näher bringen sollten. Die Organisation der Proben hatte Toni Petersen übernommen und bei buchstäblich Hunderten von Mitwirkenden war das bestimmt keine leichte Aufgabe. Die bekannten Hamburger Familien waren praktisch alle dabei vertreten, von A wie Amsing bis Z wie Zinno und die 2000, um die 2000 Zuschauer waren erschienen. Für die öffentlichen Generalproben wie für den Abend selbst galten tatsächlich besondere Einbahnstraßenregelungen um den Veranstaltungsort herum und trotzdem reichte der Kutschenstau noch von der Grindelallee bis zum Jungfernstieg. Die Menge der Darsteller veranlasste den Bürgermeister Dr. Georg Mönckeberg zu der wenig schmeichelhaften Äußerung es gab zu viele Tänze und überhaupt zu viele Menschen auf der Bühne unter denen übrigens auch Mönckebergs Sohn war. Die Kritiken in der Presse nicht nur der lokalen Presse waren hingegen enthusiastisch. So lesen wir im Berliner Tageblatt Zitat Die vom Ballettmeister Rudolf Knoll arrangierten Tänze wurden von einem Floor hamburgischer Damen mit bewundernswerte Akkuratesse und Grazie ausgeführt. Auch Herren der goldenen Jugend Hamburgs leisteten vorzügliches, jubelnder Beifall folgte allen Vorführungen Bankett und Ball schlossen das eigenartige Fest, das für den Kunstsinn Hamburgs sowie für dessen Reichtum ein großartiges Zeugnis ablegte. Zitat Ende. Bei der Veranstaltung von 1899, also dem Gartenfest, ging es aber nicht nur um Kunstsinn und Reichtum, sondern dieser Abend wurde auch vorbereitet durch eine ganze Zeitungsartikel-Serie zum Leben von Kaspar Vogt sowie natürlich auch wieder die Ausstellung im Museum und diese ganze Aktion mit Ausstellung und Zeitungsartikeln und Gesellschaftsabend brachte den damals ganz vergessenen Flottbecker Sozialreformer und dessen Freundeskreis überhaupt erst wieder in das Hamburger Bewusstsein. Also während dieser Ausstellung, während die lief, kramten alle Hamburger Familien nochmal irgendwie in ihren bei sich zu Hause und fanden noch Bilder, die in den Zusammenhang gehörten und brachten die zum Museum und die wurden dann, diese Ausstellung wurde also im Laufe der Zeit immer größer und größer, weil immer mehr und mehr Bilder auftauchten. Ja, und als besonderer Clou wurden viele der historischen Persönlichkeiten durch ihre eigenen Nachfahren dargestellt. Das sieht man hier. Sie sind Auszüge aus der endlos langen Besetzungsliste, das waren fast 500 Mitwirkende. Bürgermeister Martin Galib Sillem, dargestellt von Herrn Karl Sillem. Frau Bürgermeister Sillem, dargestellt von Frau Karl Sillem. Senator Wilhelm Amsink, dargestellt von Herrn Dr. Cäsar Amsink und so weiter. Das betrifft ganz viele von diesen Mitwirkenden. In den Folgejahren gab es zwar weitere große Gesellschaftsabende bei Sagebiel, bei denen sich das Gespann Knoll und Fetrasch bewährte. Ich möchte davon aber nicht alle aufzählen, sondern nur einige wenige kurz erwähnen. So die Wohltätigkeitsaufführung am 8. 4. 1902 zum Besten der Ferienkolonien armer und kranker Kinder der katholischen Gemeindeschulen, nämlich mit der Boleske Liebeschaft Rath aus der Feder und unter der Regie des Schauspielers Karl Wagner. Hier sieht man Karl Wagner und darunter Rudolf Knoll und den Komponisten Fetrasch. Das Hamburger Fremdenblatt schrieb dazu Zitat Karl Wagner, Oskar Fetrasch, Rudolf Knoll, wo dieses Trifolium zusammenarbeitet, wo diese drei unumschränkten Herrscher im Reich Thaliens, Apols und Tepsichorenz sich zusammentun, um ihre Kunst in den Dienst einer guten Sache zu stellen. Da müsste es ja merkwürdig zugehen, wenn nicht ein Werk entstände, dass den berühmten Ausspruch Ben Akibas wirklich Lügen straft. So war es dann auch in der Tat. Das Künstler Kleeblatt hatte uns ein Fest geschaffen, das sich den Besten würdig an die Seite stellen kann. Und das ist ihnen nicht gerade leicht gemacht worden. Man denke nur, 250 Personen als Dilettanten in verhältnismäßig kurzer Zeit zu Schauspielern und Prima Ballerinen zu machen und aus ihnen Schwierigkeiten aber ist den genialen Künstlern der große Wurf gelungen. Also der Ausspruch Ben Akibas ist alles schon mal da gewesen. Ich wusste das vorher auch nicht. Das Festspiel Das deutsche Volkslied in Bild und Tanz studierten Knoll und Fetrasch sogar mehrfach ein. 1904 kam es der Zentralbibliothek für Blinde zugute und 1909 ging es um die Gründung eines Heims für Musiklehrerinnen. Eine weitere Veranstaltung möchte ich auch noch erwähnen, nämlich ein Gesellschaftsabend der Gesellschaft zur Förderung der Amateurfotografie am 17.11. 1906 im Hamburger Hof. Also eine kleine, eher familiäre Angelegenheit, nicht zu vergleichen mit diesen Sagebildingern. Es gab ein gemischtes Programm in musikalischen Beiträgen, Gedichtrezitationen, etc. Für uns ist es aber schön, dass hier nicht nur Rudolf Knoll drei Tanzszenen einstudiert hatte, sondern dass der bekannte Fotograf Rudolf Dürkob von diesen am Vorabend bei einer Probe schon Fotos hergestellt hat. Hier sehen wir diese drei Tanzszenen, Chiro und Kolumbin, Tanzduette und Rococo-Duet. Auf diesen Bildern fehlt nur Ferdinand Haller, der Sohn Martin Hallers, der bei den Tanzduetten mitwirkte da. Wir sehen da nur seine Tanzpartnerin. Der Schluss dieses Programms weckt nun aber mein ganz besonderes Interesse. Oskar Mielmann, der Fotograf und Fotohändler, zeigte nämlich Filmaufnahmen der Tanzproben, über die es in den Hamburger Nachrichten heißt, Zitat, Alle Augenblicke sah man auf ihnen den Mentor Rudolf Knoll aus der Unsichtbarkeit herbeizittern, um seinen Schülern einige nicht ganz gelungene Paar mit drolligen Ernst vorzutanzen, denen sie mit Augen voll Lust und Freude am Spiel zuschauten, um ihre Übungen dann voll erneuten Eifers wieder aufzunehmen. Wie konnte man angesichts dieser lebensvollen kinematografischen Aufnahmen bedauern, dass Edinson nicht einige Jahrhunderte früher gelebt? Wohl sind uns aus den großen Zeitaltern der Tanzkunst allerlei Beschreibungen und Abbildungen hinterlassen, aber sie geben nur undeutliche Beschreibungen und erstarrte Momente. Die Bewegung selbst, den eigentlichen Reiz der Rhythmik herzustellen, bleibt einzig unserer Fantasie überlassen. Der Kinematograf hätte seine ganze Ursprünglichkeit wie mit einem Schmetterlingsnetz aufgefangen. Die Bewegung, das eigentliche Element des Tanzes, wäre in seinen Aufnahmen bis zur winzigsten und verlorenen Geste aufbewahrt worden. Zitat Ende. Ja, genau aus diesen Gründen wünschte ich mir natürlich inständig, dass dieser Film irgendwo wieder auftaucht. So, in seinen Nachrufen heißt es, Rudolf Knoll habe Regiekunst, Literatur, Völkertrachten und Sittenkunde bei Franz Bittung, dem Regisseur gelernt. Vermutlich bezieht sich das auf die Spielzeit 1881, 1882, in der er als Schauspieler im Italia-Theater engagiert war. Ob Rudolf ernsthaft erwogen hatte, Schauspieler zu werden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall aber sollte er mit einigen der Kollegen auf diesen Brettern sein ganzes Bühnenleben lang zusammenarbeiten. So Ludwig Max, den wir schon im Zusammenhang mit den großen Gesellschaftsabenden begegnet sind. Hier sieht man einen Theaterzettel, wo hier Herr Knoll und Herr Max beide auftauchen. Ludwig Max war einer der populärsten Hamburger Schauspieler seiner Zeit. Knoll blieb dem Thalia-Theater jahrelang verbunden. In den 1890er-Jahren arbeitete er weiter für diese Bühne so choreografierte er für die alljährlichen opulenten Weihnachtsmärchen, deren Bedeutung für die Unterhaltungskultur eine ganz andere war als heute. Kinder waren nämlich nicht deren einzige Zielgruppe, sondern auch die Erwachsenen schätzten die unterhaltsamen und irreaufwendig inszenierten Spektakel. Die Hamburger Nachrichten schrieben im Dezember 1893 angesichts dessen, dass bis auf das Altona-Stadttheater hier gab es nahtanderweise alle Hamburger Theater nur Weihnachtsmärchen zeigten. Zitat Dass aber die hamburgischen Märchenaufführungen ihr Publikum durchaus nicht nur aus der Kinderstube holen, weiß jeder Mann. Wenn es in der großen Menge der Erschienenen auch nicht an Kindern fehlte, so saßen die doch nur zerstreut. Etwa wie die Rosinen in dem von einer sparsamen Hausfrau gebackenen Kuchen. Das Gros der Besucher war aus Erwachsenen zusammengesetzt und auch der immer und immer aufs Neue wieder los donnernde Beifall ging von Erwachsenen aus. Zitat Ende. Über die Inszenierung selber, nämlich das Aschenbrödel am Thalia Theater, erfahren wir unter anderem Zitat Das Tanz und Ballett in der Welt, dem auch dieses liebenswürdige Märchen angehört, eine große Rolle spielen, bedarf wohl keiner besonderen Versicherung. Denn wenn nicht tanzen, was sollen die guten Leute in dieser lustigsten aller Märchenwelten tun? Und so hatte die Direktion denn auch für eine stattliche Schar ballettfähiger Wesen gesorgt. Neben verschiedenen Hausangehörigen Damen waren 16 Figurantinnen und 80 Kinder aufgeboten und ein erprobter Meister der Tanzkunst Herr Rudolf Knoll Junior für die Auswahl und Einübung der Tänze verpflichtet worden. Herr Knoll bewährte sich denn auch auf das Allerbeste. Die von ihm einstudierten Tänze gefielen ausnehmend, ganz besonders aber die Gavotte Quadrille, die auch schon im Hinblick darauf, dass Herr Knoll sie kürzlich in Berlin vor dem Kaiser getanzt, sozusagen als der Knoll-Effekt unter den in Aschenbrödel vorkommenden Tänzen besonders interessierte. Zitat Ende. Und hier sieht man mal das Titelbild dieser erwähnten Gavotte Quadrille, das war ein Tanz, den die deutschen Tanzlehrer versuchten, wieder in Mode und beim Kaiserhof unterzubringen und ein kleines, eine kleine Illustration daraus. So sah das dann also auch auf der Bühne im Thalia-Theater aus. Dass Knoll die Theaterarbeit nicht als Nebenjob betrachtete, sondern dass sein Herzblut auch daran hing, zeigte sich daran, dass er zusammen mit Ludwig Max in den 1890er Jahren sogar an der Neugründung eines Theaters arbeitete. Hamburg brauchte damals irgendwie ein neues Sprechtheater. Auch wenn die Pläne der beiden so nicht umgesetzt wurden, sorgte dann wenig später eine Aktiengesellschaft dafür, dass sich im Jahre 1900 dann die Türen des Deutschen Schauspielhauses an der Kirchenallee öffneten. Und Knoll wurde natürlich der erste Ballettmeister des neu eröffneten Theaters und wie man hier vielleicht an diesem Ausriss aus einem Programmzettel sieht, wurde hier auch als Regisseur mit aufgelistet. Hier sehen wir Knoll zusammen mit seinen Schauspielhaus Kollegen, hier unten ist er zu sehen. Das Schauspielhaus war und ist natürlich eine Sprechbühne, aber auch hier gab es vielfältige Aufgaben für einen Ballettmeister. Wenn in einem Drama Tanzszenen vorkamen, so zum Beispiel 1904 in Helbets, Herodes und Mariamne mit Adile Doré oder 1908 in Vs zweiter Teil studierte er natürlich eher sie ein. Gelegentlich wirkte er auch als Regisseur, wie zum Beispiel bei dem damals an vielen Bühnen gespielten Erfolgsstück Die Hand, einem Mimo-Drama, fein und verständnisvoll, wie es über seine Regie in der Presse hieß. Und dann waren da natürlich auch hier die Weihnachtsmärchen. Hier hatte sich inzwischen der Zeitgeschmack insofern etwas gewandelt, als dass nun nicht mehr nur die altbekannten Geschichten von Aschenbrödel und Donröschen zu sehen waren, sondern neue Stücke geschrieben wurden, bei denen die Autoren und Autorinnen neben der kindgerechten Handlung immer auch den einen oder anderen Scherz einbauten, der sich mehr an die Erwachsenen Zuschauer richtete. Und Unterhaltungseffekte wie Plattdeutsch sprechende Afrikaner hier in Hans der Träumer 1911. Da kann man hier noch sehen, Musik Karl Krüger in Szene gesetzt von Ludwig Max, Tanzarrangements von Ballettmeister Rudolf Knoll. Prinzessin Herzlieb 1907 stammte aus der Feder der Schriftstellerin Erika Gruppe-Lörcher, die übrigens zusammen mit den Mann-Geschwistern bei Knoll in Lübeck Tanzunterricht gehabt hatte. In all diesen Jahren, von der Eröffnung des Schauspielhauses bis zum Ersten Weltkrieg, wurden die Weihnachtsmärchen von einem Dreiergespann auf die Bühne gebracht. Regie führte immer Ludwig Max, für die Musik sorgte Kapellmeister Karl Krüger und für die unentbehrlichen Tänze Rudolf Knoll. Die aufwendigen Inszenierungen wurden nicht nur von der lokalen Presse auf das Ausführlichste besprochen, sondern auch überregional wahrgenommen. So heißt es über Klein Hannes der Riese von 1908 in der Zeitschrift Bühne und Welt, Zitat, dazu kommt, dass solche Veranstaltungen im deutschen Schauspielhause alljährlich von einem malerisch, plastisch, musikalisch, deklamatorisch, choreografischen Sensationsapparate auf das prunkvollste gestützt werden. Die Spielleiter, Tondichter, Tanzmeister, Dekorationszauberer, Pyrotechniker, Maschinenmagier, Kostümzeichner und Maskenbereiter greifen da mit selbstloser Üppigkeit ineinander. Namentlich sind es Regisseur Ludwig Max, Kapellmeister Karl Krüger und Ballettleiter Rudolf Knoll, die von Jahr zu Jahr um die Pfefferkuchenwände als besondere Lieblinge ihres kurzhosigen und hochgestrumpften Publikums den dreifachen Vogel abschießen. Ja, hier zwei Bilder aus kleinen Hannes der Riese und auch dieses Zeitungsfoto mit dem Kinderminuit stammt aus diesem Märchen, also eine Abbildung von einem Tanz von Rudolf Knoll. Ähnlich wie Ludwig Max war auch Karl Krüger ein langjähriger Weggefährte Knolls, der nämlich schon 1893 hier zum Beispiel einem Minuet Walzer den Herrn Albert und Rudolf Knoll gewidmet hat. Hier ist das Bild von Vater und Sohn Rudolf und daneben sein Vater Albert. Die zahlreichen lobenden Zeitungsartikel über Knolls Vorführtänze, Ballette und Bühnen Choreografien lassen uns die Qualität seiner Arbeit erahnen und wir haben auch schon gesehen, wie rastlos fleißig er gewesen sein muss. Aber als Person begegnen wir ihm kaum. Auch die Tanzstunden Erinnerungen an ihn sind immer aus dem sehr spezifischen Blickwinkel eines Jugendlichen entstanden und nehmen natürlich nicht so sehr den wirklichen Menschen Knoll wahr. Dafür können wir aber noch einen anderen Aspekt seines Tanzlehrerseins betrachten. Als Gründungsmitglied und langjähriger erster Vorsitzender der Genossenschaft Deutscher Tanzlehrer GDT war er nämlich die Leitfigur der Gesellschaftstanzlehrer in Deutschland schlechthin. Nach einigen regionalen Tanzlehrervereinigungen und der 1873 gegründeten elitären Akademie der Tanzlehrkunst in der übrigens Albert Knoll einige Jahre im Vorstand saß war die GDT die erste überregionale Berufsvereinigung der Gesellschaftstanzlehrer. Die GDT wollte für einen Qualitätsstandard bei der Tanzlehrerschaft sorgen und bot dafür eine jährliche Fortbildungsveranstaltung die Hochschule an. Es gab eine Unterstützungskasse Petitionen an den Reichstag Wettbewerbs- und Urheberrechtliche Auseinandersetzungen unter anderem übrigens mehrfach mit dem Hamburger Kollegen Rudolfs Hamburger Kollegen Hugo Florenz De Queen. Ja und man befasste sich natürlich auch inhaltlich mit dem Tanzrepertoire und bemühte sich um die Standardisierung der um 1900 immer noch auf jedem Ball in jeder Tanzstunde getanzten Gruppentänze Francaise und Lanciers. Konservativ und zurückschauend wie Gesellschaftstanzlehrer oft sind versuchte die GDT eben auch antiquierte Tänze wie Menuet und Gavotte wieder zu beleben und diese insbesondere auf die Tanzkarten der Bälle am noch konservativeren kaiserlichen Hof in Berlin zu bekommen. Der Gavotte sind wir vorhin schon begegnet. Hier ist ein Titelblatt für die Beschreibung dieses Menuetts, das dann tatsächlich auf einigen Bällen am Kaiserhof in Kostümen getanzt und vorgeführt wurde. Knoll initiierte auch die Gründung eines Dachverbandes, nämlich des Internationalen Verbandes der Tanzlehrervereine 1908 und wurde sofort auch zu dessen Präsidenten gewählt. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hatte Knoll damit auch wirklich eine Schlüsselrolle bei der Haltung der Gesellschaftstanzlehrer gegenüber neuen Entwicklungen auf dem Tanzparkett inne. Also ich hoffe, dass ich vielleicht auch mal Ihnen etwas über Knoll und die Tangomanie in Hamburg erzählen kann. Hier sehen wir Rudolf Knoll und seine GDT-Kollegen beim Internationalen Tanzlehrerkongress in Wien hier Rudolf Knoll zu sehen. Sein französischer Kollege Giraudet schreibt über die deutsche Tanzlehrerschaft Zitat Die Deutschen sind hervorragend organisiert und der Tanz wird militärisch geführt. Man hört ohne Diskussion auf Herrn Knoll den Präsidenten der deutschen Tanzmeister Zitat Ende In seiner Branche überaus hoch angesehen wurde er von zahlreichen anderen Verbänden seiner Zunft zum Ehrenmitglied ernannt. Angefangen vom lokalen Verein Berliner Tanzlehrer bis hin zur American National Association Masters of Dancing of the US in Kanada. Unter seinen Deutschen wie seinen internationalen Kollegen war beliebt wegen seines Humors respektiert wegen seiner unglaublichen Elokfenz und erfolgreich aufgrund seiner diplomatischen Fähigkeiten mit denen er zum Beispiel immer wieder Konflikte innerhalb der Genossenschaft löste. Und so lernen wir Knoll nun auch ein bisschen besser kennen. So heißt es aus seinem Kollegenkreis über ihn Er hat doch eine eigene Gabe zum Reden wie ihm das vom Munde fließt. Na, wir kennen ihn ja. Hier sehen wir ihn übrigens im Kreis wieder seiner Kollegen. Das heißt hier ist Rudolf Knoll und mit hellem Hut sein Vater Albert zu sehen bei einem Ausflug. In der Verbandszeitschrift Der Tanzlehrer lesen wir immer wieder kleine humoristische Beiträge aus seiner Feder. Er hatte offensichtlich einfach Spaß daran. Für die Zeitung übersetzt er auch Artikel seiner französischen und englischen Kollegen ins Deutsche und er fungierte bei Besuchen britischer Tanzkongresse als Führer und Dolmetscher seiner nicht so sprachbegabten deutschen Verbandsgenossen. Wie beliebt er war, zeigte sich auch bei der Vorstandswahl 1910, wo er sich ziemlich lange bitten ließ, als erster Vorsitzender weiterzumachen. Auf den dann zum Teil sogar mit Herzchen verzierten Stimmzettel waren Dinge zu lesen wie Hoch Knoll Rudi Knoll du musst. Diese Verbandstätigkeit war ja nun eigentlich kein Hamburger Thema, aber die guten Beziehungen, die Knoll zur Wirtschaft seiner Heimatstadt unterhielt, werden hier sichtbar. Wenn er zum Beispiel für den Tanzlehrertag, also die Jahresversammlung dieser GDT, 1903 mehrere Hamburger Unternehmen als Sponsoren anbarb und seinen Kollegen diese als Lieferanten explizit anempfahl, wie zum Beispiel die Papieren Waren Firma Ernst Gravenhorst, die sich auf Coutillon Artikel spezialisiert hatte. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Coutillon Artikel sind. Ich erwähnte vorhin schon die Coutillon Sträußchen der Damen. Auf Bällen um die Zeit war immer ein ganz besonderer Punkt der sogenannte Coutillon. Das war eigentlich kein einzelner Tanz, sondern so ein vielleicht eine halbe Stunde oder länger Zeitraum mit Tanzspielchen. Also teilweise ziemliche alberne Tanzspielchen, die hauptsächlich dazu dienten, die Partner durcheinander zu wirbeln, dass man mal mit diesen und jenen tanzte. Teilweise brauchte man da Requisiten dafür, also irgendwelche Pappbälle, mit denen man rumschmiss oder sowas. Und es gab dann auch die Coutillon Sträußchen und die Coutillon Orden. Die Orden, das waren Papporden, die von den Damen den Herren angeheftet wurden und dann tanzte man eine Runde mit dem Herrn, dem man da einen Orden verliehen hatte. Analog konnten die Herren, Damen, Coutillon, Sträußchen verehren und tanzten dann eine Runde mit denen, also Tanzspiele. Leider endete Rudolf Knolls Leben viel zu früh. Nachdem sein Sohn Walter gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges gefallen war, meldete sich Rudolf schon in den Fünfzigern im Juni 1915 als Kriegsfreiwilliger, obwohl er zu dem Zeitpunkt bereits an gesundheitlichen Problemen litt. Doch er sollte auch nicht lange dienen. Hier sehen wir ihn mal in Uniform. Ziemlich erschreckendes Bild, finde ich. Nach einem Granatenschock in den Schützengräben an der Westfront wurde er am 30. Dezember 1915 in ein Militärhospital in Dresden eingeliefert, wo er nur zwei Tage später verstarb. Sein zweiter Sohn Edgar, der fiel dann auch im November 1916 nur Tochter Lilly und Ehefrau Eugenie überlebten, also von der engeren Familie, den Ersten Weltkrieg. Sein Hamburger Kollege Hugo Florenz de Queen schrieb in seinem Nachruf auf Rudolf, Zitat, Herr Kollege Knoll war nicht nur hier in Hamburg der angesehenste und beliebteste Tanzlehrer, sondern auch in ganz Deutschland und im Ausland als lieber Kollege und tüchtiger langjähriger Führer und Berater unserer lieben Tanzkunst bekannt. Lassen wir zum Abschluss eine anonym gebliebene Tanzschülerin zu Wort kommen. Alle Augen glänzen heller, sprechen wir von unserem Knoll. Alle Pulse schlagen schneller, ihn erwartend, sehnsuchtsvoll. Leben und auch leben lassen ist sein Motto allemal. Dafür kann ihn keiner hassen. Jeder findet es liberal. Ja, von ihm ist aber nicht viel in Hamburg übrig geblieben. Hier das Bild zeigt die Stelle in Ohlsdorf, wo das Grab der Familie Knoll war, ist lange aufgelassen. Nichts mehr von zu sehen. Ich hoffe, ich so ein paar Aspekte des gesellschaftlichen Lebens der Wilhelminischen Zeit anreißen und ihnen einen kleinen Einblick in das Wirken eines Tanzlehrers zu geben, das sich eben nicht nur auf ein paar Tanzstunden beschränkt und das an so vielen Stellen mit der Geschichte unserer Stadt so ein bisschen verwoben ist. Also Knoll hat nicht das Hamburger Rathaus gebaut, aber die Kinder der Rathausarchitekten tanzten in seinen Choreografien. Und zum Abschluss noch ein paar Worte dazu, wie es sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg weiterging. Mit Rudolfs Tod war das Kapitel Knoll in Hamburg noch nicht beendet. Es gab ja noch seinen Bruder Eugen, dessen Tanzschule noch bis 1938 existierte, als er überraschend starb. Aber so eine herausragende Persönlichkeit wie Rudolf war Eugen wohl nicht, gehörte auch nicht irgendeinem Verband an, ich weiß nicht, warum nicht. Und die GDT, die so stark von Knoll geprägt war und vor dem Ersten Weltkrieg so eine unglaublich starke Position in der Tanzlehrerwelt hatte, verlor nach dem Ersten Weltkrieg an Bedeutung. Vielleicht weil eine Person wie Knoll fehlte. Zwischen den Kriegen entstand dann eine Menge verschiedener konkurrierender Berufsverbände, die dann aber in der NS-Zeit alle zwangsweise durch die Reichstheaterkammer ersetzt wurden. Das große Tanzarchiv in Berlin, das unter anderem die unersetzlichen Bibliotheken der Akademie der Tanzlehrkunst und der GDT enthielt, ging bei einem Luftangriff im März 1943 vollständig in Flammen auf und mit ihr verschwand auch das Wissen über ein großes Stück deutscher Tanzgeschichte, deren Teil auch der Hamburger Rudolf Knoll war. Ja, das ist das Ende meines Vortrags. Vielen Dank, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Vielen Dank,